Herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit Broker IQ Option. Ich handle 60 Sekunden bis 2 Minuten. Mein Startrate beträgt jetzt 2000 US-Dollar. Als nächstes suche ich meinen passenden Trade nach meinen Einstiegskriterien. Metatrader 5 unter Berücksichtigung meiner Indikatoren und der Tagesnews. Euro, US-Dollar sieht ganz gut aus. Allerdings müsste der Kurs noch etwas fallen. Das reicht nicht. Ich suche weiter. Euro, Yen. Auch hier müsste der Kurs noch etwas fallen. Okay, ich steige ein. Gegebenenfalls noch mal. Sollte er rausgehen. Aktuell sieht es gut aus. Ja. Und jetzt ist es gut aus. Noch 10 Sekunden Perfekt Ich suche noch einen Trade Euro, Britisch, Pfund Sieht auch ganz gut aus Allerdings müsste auch hier der Kurs noch steigen US-Dollar, Yen Okay, ich kiele Euro, US-Dollar hier steige ich ein wer diese Strategie erlernen möchte kann sich die letzten beiden Plätze sichern einen der letzten beiden Plätze nächstes Jahr ist es dann nicht mehr möglich sieht gut aus noch 10 Sekunden perfekt, bis zum nächsten Mal